Herzlich Willkommen bei den CIA-TV News aus dem Mai. Deutschland. Cannabis-Legalisierung in Berlin. Unter dem Motto Schluss mit Wartengras in den Garten demonstrierten am Samstag hunderte Befürworter des Cannabiskonsums für eine schnellere Umsetzung der Legalisierung. In Berlin hat man sich zum jährlichen Global Mariana March getroffen und für den Cannabiskonsum sowie für die zügige Legalisierung von Cannabis demonstriert und forderte von der Bundesregierung eine schnelle Umsetzung. Gebt das Hamffrei oder Hamff statt Erdöl stand auf vielen Schildern. Im Rahmen dieser Demo waren auch in anderen Städten in Deutschland die Befürworter der Legalisierung zum Protest aufgerufen. In den kommenden Wochen soll es weitere Veranstaltungen geben, dass diesmal mehr Demonstranten auf die Straße gingen, ist wohl Herrn Richter Andreas Müller zu verdanken, welcher Wochen sovor mobilisierte. In Zusammenarbeit mit dem Gesangskünstler Green wurde ein gemeinsames produziertes Lied live vorgestellt. Endkriminalisierung sofort. Auch Plusmacher und Botaniker sowie Mama Ganja waren mit an Bord. Und hier noch eine gruselige Meldung aus Bayern. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek hat sich über die von der Bundesregierung geplante kontrollierte Freigabe von Cannabis besorgt gezeigt. Es muss verhindert werden, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren, sagte der CSU-Politiker am Samstag. Diese Gefahr bestehe bei der im Ampel-Koalitionsvertrag geplanten Abgabe für Genusszwecke. Holecek sagte, es sei zwar zu begrüßen, dass Blinert einen solchen Prozess auch mit den Ländern zugesagt habe, die gerade zur euphorischen Reaktion aus den Reihen von SPD und FDP auf den angekündigten Gesetzesentwurf lassen, aber befürchten, dass die Gegenargumente ignoriert werden, sagte er. Der Konsum dürfe nicht verharmlost werden. Zu den Risiken zählten neben der Suchtgefahr etwa negative Auswirkungen aufs Gedächtnis. Zudem sei das Risiko psychiatrischer Erkrankungen erhöht. Wir von der Redaktion wünschen uns bei solchen veralterten Aussagen verpflichtende Aufklärungskurse auch für Gesundheitsminister. Ja, auch in Brasilien wurde demonstriert. In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro haben hunderte Menschen für die Legalisierung von Marihuana demonstriert. Fünf Monate vor den Wahlen hofft die Pro-Cannabis-Bewegung auf einen Sieg des linksgerichteten Lula, der ihrem Anliegen geneigt erscheint. Viele argumentieren, eine Legalisierung würde zu weniger Drogendelikten und anderen Verbrechen. Der brasilianische Präsident Bolsonaro provozierte mit seinen Drogenrazzien in Armenvitteln. Die Gefängnisse seien voll von kleinen Dealern und Gelegenheitsrauchern. Die thailändische Regierung verschenkt Hanf. Also die thailändische Regierung wird zur Feier der Legalisierung von Cannabis eine Million Hanfpflanzen an die Bevölkerung verteilen. Der thailändische Gesundheitsminister kündigte an, dass Cannabis wie Haushaltspflanzen angepflanzt werden können. Als erstes südostasiatisches Land hat Thailand die ersten Schritte in die Wege geleitet und Änderungen im Betäubungsmittelgesetz während der Pandemie vorgenommen. Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis wurden teilweise legalisiert. Die neue Regel soll am 9. Juni in Kraft treten. Bürger können Cannabispflanzen bei sich daheim anbauen, nachdem sie die örtlichen Behörden informiert haben. Allerdings dürfen die Pflanzen nicht eigenmächtig kommerziell genutzt werden, sprich verkauft werden. Dafür braucht es eine besondere Lizenz. Ja und Englands Fußballlegende ist dafür. Gerry Lineker mit 10 Treffern Englands Rekord-Torschütze bei Weltmeisterschaften sprach sich auf Twitter für eine Legalisierung von Cannabis im Vereinigten Königreich aus. Er hat sich mit der Thematik beschäftigt und sagte mit den Worten, Natürlich sollte Cannabis legal sein. Ein Verbot funktioniert nicht und schafft eine Unterwelt. Es ist unsinnig, dass es illegal ist. Londons Bürgermeister Sadej Kahn hat kürzlich eine neue Gruppe eingesetzt, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Cannabis im Vereinigten Königreich entkriminalisiert werden sollte. Griechenland operiert gegen Cannabis. Operation Samos wurde einem Österreicher nun zum Verhängnis. Der 56-Jährige versuchte mit einem Wagen voller Cannabis und Zubehör für Plantagen über die Grenze nach Griechenland zu reisen. Monatelang waren ihm die Fahnder im Zuge dieser Operation auf der Spur. Nun tappte er ins Visier geratener Österreicher an der albanisch-griechischen Grenze in die Falle. Zollbeamte hatten ihn bereits erwartet und entdeckten im Wagen des 56-Jährigen alles, was für eine professionelle Plantage gebraucht wird. Neben bereits geernteten Blüten, 57 Gramm, 250 Milliliter Cannabisöl und 5.000 Euro in bar, hatte der Verdächtige insgesamt 190.000 Samen und zahlreiche Hightech-Geräte für die Indoor-Zucht dabei. Laut Ermittlern hätte die Ladung auf der Insel Samos landen sollen. Ja und Österreich, Kifferklischee wurde erfüllt. Ein Tiroler bestätigte nun das Kifferklischee und schlief beim Bewässern von Cannabispflanzen ein. Die Polizei wurde wegen eines schweren Wasserschadens im Mehrparteienhaus im Bezirk Schwarz alarmiert. Dort angekommen, fanden die Beamten ein unter Wasser stehendes Zimmer vor, in dem Cannabispflanzen angebaut wurden. Ein Tiroler, den die Polizei dort antraf, war eingeschlafen, als er eine Regentonne mit Wasser befüllen wollte. Ein angrenzendes Zimmer stand bereits etwa zwei Zentimeter unter Wasser. Dort stand ein viermal zwei Meter großes, leeres Zelt. Beide Zelte waren mit einem automatischen Bewässerungssystem ausgestattet. Der Tiroler gab zu, eine größere Anzahl an Cannabispflanzen angebaut zu haben und abgeerntet zu haben. Während das Wasser in die Tonnen lief, konsumierte der Mann wohl seine eigene gute Ernte und schlief ein. Ja, und dann lief die Regentonne über. Insgesamt wurden ca. 1,3 Kilo Marihuana, ca. 100 Gramm Pilze sowie eine größere Menge an Pflanzen abgeschnitten und sichergestellt. Der 28-Jährige wurde festgenommen und in die Polizeiinspektion Schwarz überstellt. Er wird aber auf freiem Fuß angezeigt. Ja, und noch eine Meldung aus Österreich. Den heimischen Trafikanten war der Verkauf von rauchbarem Material außerhalb ihres Einflussbereiches schon länger ein Dorn im Auge. Sie unterliegen bekanntlich dem Tabakmonopol und müssen für den Verkauf ihrer Produkte entsprechend Steuern abführen. Ein Spruch des Bundesfinanzgerichts bestätigte nun die Position. Demnach würde der Verkauf von Hanfblüten ebenfalls dem Tabaksteuergesetz unterliegen und damit auch der Monopolverwaltung. Soll heißen, rechtlich gesehen müssten Hanfprodukte, es geht also um Gras unter 0,3% THC-Gehalt, das aufgrund seiner Wirkung nicht dem Suchtmittelgesetz unterliegt, den tabaksteuerlichen Vorschriften unterworfen werden. Der Bundesobmann der Trafikanten forderte deshalb die sofortige Zulassung für den Verkauf rauchbarer Hanfblüten für die rund 2.300 Tabakfachgeschäfte in Österreich. Diese soll dem Vernehmen nach seit Monaten in einer Lade des Finanzministeriums herumliegen. Und nicht vergessen, am 11. und 12. Juni findet in Frankfurt die Hanfmesse Hemsphere statt und ihr könnt am ersten deutschen Joint-Roll-Contest, der Drehmoment, teilnehmen. Und tolle Preise warten dort auf euch. In diesem Sinne, lasst nicht alles herumliegen, lasst die Regentonne nicht überlaufen, lasst euren Kommentar hier, abonniert uns und hoffentlich bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Ja, wieso hoffentlich, streicht das.